Hallo, ich bin die Susanne Neff und heute wollte ich euch was ganz Einfaches und Natürliches sagen, was man machen kann, wenn der Abfluss verstopft ist. Entweder kann man natürlich irgendeine Chemiekeule kaufen und dann das in Abfluss schütten, das ist ja auch nicht gut fürs Wasser. Oder man nimmt einfach einen halben Liter heißes Wasser, eine Tasse voll Apfelessig und Kaisernatron, da kann man 100 Gramm nehmen, in so einem Packerl sind da 50 Gramm drin. Also bräuchte man zwei davon und dann schüttet man das Kaisernatron in den Abfluss, der stinkt und das ist meistens entweder im Bad, in der Dusche oder in der Küche, in der Spüle. Und dann schüttet man, dann macht man Wasser heiß, den halben Liter und schüttet dann, wenn das Wasser heiß ist, die Tasse von dem Apfelessig dazu und schüttet es dann sofort in den Abguss und dann fängt es an zu knistern und zu blubbern. Das macht aber gar nichts. Und dann, wenn das alles drin ist, dann verschließt man den Abfluss für eine Stunde, damit das alles sich zersetzen kann. Und nach einer Stunde kann man dann einfach heißes Wasser nachschütten und dann löst sich das alles auf und der Geruch ist auch weg. Probiert es aus und schaut, wie es für euch funktioniert und ob dann der Abfluss nicht mehr stinkt. Ciao! Ciao!